In erster Linie freut es mich, dass diese Auszeichnungen natürlich für unser Team nach Hosenheim gehen, die jahrelang sehr hart gearbeitet haben, um uns natürlich in die gewisse Position am Steuerberatermarkt nach vorne zu hieven. Das ist natürlich eine große Teamleistung. Es gehört natürlich nicht nur das Marketing dazu, auch wenn wir jetzt hier ausgezeichnet werden, sondern auch natürlich das gesamte Unternehmen, auch der Vertrieb, der natürlich am Ende des Tages auch den Umsatz machen muss. Das ist natürlich ein anerkannter, toller Preis und wir sind natürlich sehr stolz drauf. Ja, tolle Preisverleihung in einem sehr, sehr schönen, schicken Ambiente, in einer tollen Stadt, was wir jetzt mehrfach gehört haben, auch in den einzelnen Reden und wir sind froh, heute hier zu sein und diese Preise für das Unternehmen entgegenzunehmen.